Moin moin und willkommen zurück zu Ahead in Time und wenn ich mich nicht irre, dürfte das hier wahrscheinlich die letzte Aufnahme für mich sein, oder? Ich meine, so viel dürfte ja hier nicht mehr zu machen sein, es fehlen ja nur noch 5 Sanduhren. Und eins davon dürfte im Mafia Town sein, die restlichen 3 im Subconwald. Und das letzte dürfte wahrscheinlich Miss Ich Tu Jeden umbringen und dann zu Marmelade verarbeiten haben, oder? Wart mal, dann hat die bis jetzt gerade mal eine einzige Sanduhr gesammelt? Gott, ist die faul. Aber okay, passt zu nem Schurken, ne? Warum selber die Arbeit machen? Ich sollte mal langsam abhauen und den Mafia Town nicht bewegen. Die ganze Zeit dieses komischen Menü von diesem Spiel da angucken, ist nicht gerade gesund für die Augen. Ah ja, ich seh schon, wie fern die Mafios sich wohl bei diesem Rennen schummeln werden. Ich hab nen Roller, die haben ne Rakete. Supi. Ach, so lang ist der Weg doch gar nicht. Aber das wird ja schneller gehen. Muss ich mit dem Typen da noch reden, oder geht er sofort los? Ah ja, ich muss mit dem reden. Haha! Rockets are fast. And if Mafia on rocket, Mafia is fast. Fastest man alive! Little child want to raise fastest man alive? Mafia stole timepiece from HQ. If you win, Mafia give it to you. Oh, wie nett von dir. Hast du Angst, du Hühnchen? Bye, Loser. Ich wollte da jetzt gerne bei Loser machen, aber ich denke mal, dadurch tue ich den Dialog hier abbrechen, oder? Ah ja. Tu ihn leider abbrechen, schade. It is on! Mafia is not sure, Mafia survived this, but at least Mafia dies als fastest man alive! Oh, es hat gelernt! Oh, es hat gelernt! Dem Ding ist es bewusst, dass es sterben würde. Oh mein Gott! Na, wie schnell bist du? So schnell bist du gar nicht. Sag mal, wo ist der Typ eigentlich? Hat den jemand hier fliegen sehen? Äh, der ist ja da vorne, warum ist der da vorne? Was macht der Typ da vorne? So weit vorne sollte der gar nicht sein. Ja, toll. Ähm, ich glaube, ich habe verloren, oder? Ja. Hm. War wohl doch nicht so einfach. Gut. Dann noch einmal. Ich habe zwar keine Ahnung, ob es dir irgendwie eine Abkürzung gibt, aber ich glaube, ja. Aber nur habe ich sie, glaube ich, nicht gesehen, oder? Zum Geier geht es hier schneller lang. Ich sollte vielleicht lieber keinen Doppelsprung machen. Ah, da oben hätt ich, oder? Ich kann es sogar mit der Kari hier oben fahren. Ja, super, aber da kann ich jetzt schon wieder vergessen. Der ist als Erster da unten. Na guck, äh, das kann ich jetzt schon wieder vergessen. Was, wieso war da, was, da war ein Haken. Och, Menno, der ist immer noch vor mir. Warum? Was? Wie, wie, warum bin ich hier oben? Willst du mich verarschen? Weißt du, solche Sachen hasse ich irgendwie, wo man zigmal versuchen muss, irgendwas hinzukriegen, damit man endlich mal irgendwann mal gewinnt. Äh, ich werde das jetzt wieder nicht hinkriegen, oder? Ja, nee, nein, 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 nein. Äh, hm. Hm, ich mag diesen Akt nicht. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Na komm schon, na komm schon, na komm schon, na komm schon. sehr nervig gewesen war. Naja, was soll's. Jetzt hab ich erstmal die Dinger hier suchen, denn ich hab... Ich weiß höchstens von einem Ort, aber den hab ich eher per Zufall getroffen, beziehungsweise gefunden. Jut, jetzt hab ich wenigstens einen Rift gefunden. Ich durfte noch die ein oder andere Firewall von Firefox erstmal wieder deaktivieren, damit ich überhaupt irgendwo hinkomme. Super. Aber ich hab gar nicht gewusst, dass es hier Statuen gibt, die mich irgendwie umbringen wollen. Ich hab grad nämlich eine gesehen gehabt, die hat sich plötzlich bewegt, ich wollte nicht umbringen. Die hab ich nicht übrigen wie umnieten können, vor allen Dingen. Und die war mega schnell. Ich komm von der fast gar nicht ab und so schnell hat die Schaden auf mich gemacht. Ach, hier ist ein Checkpoint schon, okay. Warum fliegen hier Kekse? Das ist irgendwie die Träume von ihr, oder was? Kommt hier so ein bisschen so vor, oder? Möglich. Verschwinden die jetzt auch alle instant? Naja, die zucken alle nur rum. Okay, der verschwindet instant. Der war noch schneller weg. Das gefiel mir aber nicht. Ein ganzer Rift, wo nur Kekse sind, wäre ein übelst. Der hat jetzt ja total barneyt irgendwie ganz da drunter zu fallen. Ach, da vorne ist schon die Sanduhr. Dreht sich das Teil? Ah, ne, doch nicht. Wo muss ich jetzt lang? Ist das scheißegal in dem Fall? Ich, äh, glaub ja. Ui. Kennen wir mal die Glocke. Der Kekse geht weg. Okay, das war knapp. Falsche Knöpfe drücken ist nicht unbedingt sehr geil. Meins. Und jetzt darf ich die anderen zwei finden. Super. Alter. Hau ab. What the fuck? Ich hasse diese Dinger. Warum watscheln die hier in diesem Wald herum? Ich will nur gucken, was das da hinten gerade ist. Weil es so komisch kristallin alles ist. Und was ist das hier? Ich hab keine Ahnung. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Achso. Ich tue da irgendwo hinkommen. Das ist schön. Na, wenigstens war direkt um die Ecke quasi der lila Rift, damit ich quasi dann auch die Story von diesem Ort hab. Mehr oder weniger. Warum pennen die hier alle? Ich meine, da stand da gerade zwar schläfriger Slapkon. Aber warum pennen die hier alle? Oh, da ist das Bild. Neun? Hier sind neun Bilder. Die werde ich nicht mal ansatzweise alle kriegen. 100 pro. Oder gibt's hier noch mehr? Nee. Die werde ich garantiert nicht alle finden. Aber ich will's. Sind das vier Abschnitte oder fünf Abschnitte? Ich weiß es nicht. Apropos Abschnitte. In dem Wald gibt's hier auch mehrere Stellen, wo es irgendwie anders aussieht. Wie hier zum Beispiel. Hier brennt's gerade. Ist auch in dem richtigen Wald. Da brennt das auch. Tolle Abrissbärne. Wer hat die hier reingeholt? Das ist da oben. Da oben ist schon das nächste Bild. Sag mal, ich bin zu doof, hier gerade hochzukommen. Super. Und dann komm ich noch nicht mal hoch. Wagt dich ja nicht, mich hier runterzuschmeißen. Oh, hey. Du hast so einen besonderen Pond. Kannst du mal hier hinkommen? Oder, wobei, kann ich dich? Kann ich dich? Ähm. Okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wo ist das denn da? Da, hier. Christel Vigvapro. Wieso bist du nicht weg vom Fenster? Okay. Es ist da mal. Dann halt so. Menno. Ist hier oben noch irgendwas? Oder dahinter? Nö. Außer im brennenden Weil ist hier nicht wirklich irgendwas. Oder? Ah. Okay. Wenn die Bilder so unversteckt sind, dann kann ich die wahrscheinlich doch relativ gut finden. Ich meine, ich habe jetzt schon über mehr als die Hälfte. Äh. Nein, korrigiere. Ich habe weniger als die Hälfte. Aber ich habe fast die Hälfte. Äh. Hau ab. Ah. Du pennst nicht in der Luft. Aber dafür quietscht er. Ist hier noch was? Da vorne Seewart. Und sonst so? Hier hinten ist... Nichts, glaube ich. Ah, da ist noch ein Bild. Okay. Bei der ollen Abrissbirne, da haben wir dann noch ein Bild. Und jetzt haben wir mehr als die Hälfte. Sehr geil. Aber da haben wir den hier. Da haben wir schon wieder so ein Bonn-Dachchen. Wo haben wir die Bilder? Da vorne ist schon mal das nächste Bild. Dachchen-Spinne. Die brauche ich nicht. Kannst du mal runterkommen? Oder nee, ich komme zu dir hoch. Oder auch nicht. Bewege dich ja nicht, Statue. Ah. Ich weiß nicht. Die zweite Statue, die mich angegriffen hat, hat auch keinen Korb angehabt. Äh, keinen Korb angehabt? Was? Auf jeden Fall hatte die auch keinen Korb. Ich glaube, nur die kopflosen Statuen bewegen sich wohl. Achso, hier ist Wasser. Sehe ich jetzt erst. Hm, ich glaube, hier ist nichts mehr. Gut, dann weiter. Drehe mich schön rund darum, damit ich das Ding da einsammeln kann. Warst du das schon? Ah, da ist noch ein Bild. Äh, kann ich da runterfallen? Ich glaube nicht, oder? Nee, kann ich nicht. Aber hey, ich habe dafür die letzten zwei Bilder nur noch zu sammeln. Geil. Wo ist jetzt der Ausgang? Ach, da hinten ist der Ausgang. Ah ja, hier ist es schön frostig. Hm. Was ist da drin, ne? Das war nur ein Porn. Menü. Ich will keine Porns. Ich will Bilder. Kann ich da... Achso, das ist... Ja. Das Wasser ist gefroren. Ich dachte, da könnte ich jetzt irgendwie reingehen. Aber nö. Oder was? Wie? Okay, der Turm bricht auch noch ein. Hat ich doch mal nicht nett von dir. Hm, der Baum bleibt stehen. Okay, cool. Na, ist hier noch irgendwo ein Bild? Hm, scheint nicht so. Dach hier ein Spinne. Und tschüss, Spinne. Äh, was, wie, wirklich? Hier gibt es nicht noch mehr? Nutze! Hä, 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 Hä. Ah ja, da ist noch ein Abschnitt. Okay. Was ist das denn für ein Ding? Hilfe! Was bist du? Oh, hab du komisches Tintenfisch-Ding! Für einen Tintenfisch siehst du ziemlich merkwürdig aus. Weißt du das? Was ist das denn hier für eine Barriere? Ich sehe gerade, das sind irgendwelche flessenden Pflanzen oder so drinnen. Kannst du mal runterkommen? Danke. Meins. Und wo zum Geier ist das Bild? Das ist... Ah, bestimmt da oben. Das Bild ist bestimmt da oben. Jetzt muss ich nur irgendwie schauen, wie ich da überhaupt hochkomme. Wieso zum Geier ist hier eine Tür? Ja, klar, um erstmal runterzufallen. Deswegen ist da eine Tür. Tür? Äh. Ähm. Wo, wo, sag mal, äh, Mädel? Ich weiß ja nicht, was du für eine Hexe bist, aber... Was zum? Wie hab ich das denn hingekriegt? Ähm. Hä? Okay. Ich hab irgendwie überlebt. Geil. Ist hier unten dann das Bild? Ah, da ist ja das Bild. Ja, und was ist das dann da oben? Ich glaube, wenn ich da oben hinkomme, ja, das ist einfach nur eine Dunstwolke gewesen. Ja, super. Und ich dachte, da könnte ich hoch. Egal, ich hab alle meine Bilder. Und ich hab meine Olle-Sanduhr. Na komm, geh schon kaputt. Olle, Glasmurmel. Na dann mal schön Bilderbuch gucken, wa? Queen Vanessa. Achso, es geht um die Königin hier in dem Fall. Okay. Ja, das wissen wir, dass er quasi da so einen Prinzen geliebt hat. Aha. Wart mal. Waren das Kinder? Diese komischen Würste da, die farbigen, die da quasi in die Frucht reingehen und dann explodieren? Hm. Ja, dann hat sie quasi ihn dann früher oder später mit dieser einen da gesehen gehabt. Genau. Das kennt man ja von dieser Story, die er da überall stehen hatte im Schloss. Er ist verwundert. Ja, wahrscheinlich, weil er, ne, Quatsch, weil sie sich wahrscheinlich irgendwie bedankt hat, hier in dem Bild. Maybe, oder vielleicht hat er ihr irgendwie das gegeben, was sie da jetzt in der Hand hat. Das könnte auch sein. Stimmt, das könnte, okay, das sieht jetzt zwar nicht aus wie ein Hochzeitsring oder dergleichen, weil es ein bisschen sehr groß ist, aber vielleicht könnte es das sein. Sollte eben Blumenversteck gewesen sein. Und, ja, leider hat sie dann was anderes gedacht. Ah ja, äh, wieso hat sie sich dann so komisch dann verwandelt? Äh. Wieso hat sie sich da so verwandelt, damit die dann auf einmal dann ihn dann irgendwo hinbringen lässt? Und dann war ja halt Ketten. Ach, deswegen waren da unten im Keller die Ketten. Ah. Ja, und sie hat sich dann zu irgendeinem komischen Monster verwandelt. Tolle Geschichte. Das ist, das ist die Art von Geschichte, die du den Kindern erzählen tust, wenn sie schlafen gehen. Hm. Wobei das ja teilweise sogar wirklich irgendwie der Fall ist. Ich meine, Märchen früher waren nicht gerade irgendwie, unbedingt gerade kindgerecht. Hm. Juh. Und da wären wir auch schon beim letzten Rift. Warte mal, das, habe ich das gerade richtig gesehen, dass diese eine Sanduhr da am rumwandern war? Äh, das ist jetzt aber nicht gerade sehr geil, weil ich die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht treffen werde, wenn ich dann da oben ankomme. Und wieso sieht dieser Abschnitt so aus, wie ich den schon mal, ach so, ja genau, weil ich den Abschnitt schon bereits gemacht hatte. Nur kam ich ja da vorne ja nicht weiter. Ich habe nicht gesehen, dass das ein roter war. Hilfe. Ja, stimmt, da war ja ein Haken. Und den konnte ich ja nicht nutzen, weil aus irgendeinem Grund mein Abzeichen damals ja weg war. Pass mich da hin. Wobei, brauche ich den überhaupt, wenn der hoch ist? Wenn der an der höchsten Stelle ist, kann ich einfach genauso gut rüberspringen. Ja, soviel zum Thema, ich brauche den Haken. Ich fahre kurzfristig im Zahnrad. Was ist ja geil, wieso. Gab es irgendwo einen Checkpoint? Hoffentlich gibt es da vorne einen Checkpoint. Ich möchte mich nicht runterfallen, wenn ich keinen Checkpoint habe. Ah, gut. Ich glaube, jetzt kommt die Stelle, die ein bisschen beschissen sein wird wegen dem Zahnrad da vorne. So, wie weit denn noch? Ja, geil. Geil. Das war klar. Es war klar, dass ich da erstmal schön drauf fallen werde und dann nicht mehr aufstehen kann, weil ich, weil ich offenbar, weiß ich nicht, mir die Füße gebrochen habe oder so. Okay. Sandur, kannst du mal wieder nach rechts schweben? Ähm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich dann da ankomme, das Ding dann irgendwie, ja, genau das meinte ich. dass das Teil genau in der Sekunde dann nach rechts schweben tut, während ich wiederum ganz woanders bin. Bist du jetzt da? Echt jetzt? Echt jetzt? Äh, äh. Na, 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 na. Ich habe nur noch einen Gesundheitspunkt. Wo komme ich an? Oh, okay. So ist auch okay. Habe ich kein Problem mit. Na, was ich sagen wollte, war quasi, hören wir uns mal ganz kurz mal die Remix einfach mal an, nur einfach nur, um zu schauen, wie sie halt sich so anhören, ne? Aber eins von den Subcon-Remixen, was ich mir ganz kurz angehört hatte, da musste ich irgendwie aus irgendeinem Grund plötzlich an The Witcher denken. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ja, das hört sich nicht großartig unbedingt anders an als sonst. Das ist jetzt quasi vom Rift gewesen. Hört sich nicht unbedingt anders an als sonst. Vielleicht ein bisschen ruhiger, aber das war's. Das ist Mafia Town. Hört sich irgendwie epischer an, ne? Ist die Orchester-Version. Weiß ich nicht, irgendwie denkt man so ein bisschen entweder am Militär oder Piraten. Eins von beiden. Hm. Und das ist Subcon. Ja, jetzt läuft gerade noch nix. Ist noch sehr still. Jetzt. Hm. Es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Wo ich gerade schon so dann denke an Witcher. Irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt mir so ein bisschen irgendwie so rüber wie etwas, was ja doch, irgendwie zu dem Sumpf von den Mumen passen würde aus Witcher 3. So ein bisschen. Oder in irgendeiner komischen Gruft oder irgendeinem Schloss, wo Dracula ist. Könnte auch passen. Was ist das andere? Was ist die Sci-Fi-Version? Okay. Könnte irgendein irgendein RPG selber drin sein vielleicht. In ne ältere Version. Okay. Ja gut. Was war denn jetzt noch über? Äh, mal ganz kurz gucken, wie viel habe ich denn überhaupt von Sanduhren? Achso, genau. Das letzte war noch über. Dachchen, Roomba. Fährst du schon wieder... Du fährst schon wieder gegen die Wand? Soll ich dir erstmal wieder eine Trachtpügel mit der Zuckerstange geben, damit du wieder richtig läufst?